Ich seh dich halt jetzt nicht mal, aber ich kann das wieder weg machen. So, jetzt kann ich dich gleich wieder sehen, jetzt seh ich dich wieder. Eiii. Ihr macht die Animation jetzt wieder. Ich mach gar keine, ich mach Emotes. So, hallo und herzlich willkommen hier auf den Kanal zurück. Hier ist wieder eure Fabi. Ich seh noch nicht meine Animation. Und heute machen wir ein bisschen fasi hier in VR Chat. Ach, warte. Warte, die Hände ist offen. Mach deine Hand auf. Deine Hände. Also Live-Film ist wieder offen. Also Live-Film ist an. Ah. Ah. Scheiße, schräg. Was machst du da? Was machst du da? Was willst du da gerade machen überhaupt? Hallo, random. Das geht gar nicht so viel, wie ich hin und her dancee. Das ist ja auch möglich. Niklas, komm mit, ich muss dir was sagen. Haha. Komm mit, komm mit. Sag mal. Sag mal. Ach so, jetzt versteh ich das. Dein Ernst, Oka? Zehn Jahre später, mein Ladsladen. Okay, nice. Ach, was, was macht denn der Oka? Keine Ahnung, der rift schon wieder. Hey, wer hat den Avatar genommen? Ich hör's also irgendwie nicht. Ich bin das. Ich bin das. Und wie geht's den Detail hier oben? Mir geht's auf Lenden. Ey. Dann ist es gut. Ha, pick. Du willst Hallo zum Live-Film sagen. Es ist immer Spaß hier. Hallo, Ola. Hallo, Ola. Hallo, Ola. Eigentlich wurde von Solution eingeladen. Ja, nein. Äh, eigentlich wollte ich grad ein bisschen hierbleiben, weil... Ja, ich geh mal zurück. Du du schaffst aber. Nein. Was willst du du schaffst? Nein. Mach's leiser. Nein, bleib bei mir. Ich grabe mein Tool. Nein, die kann doch hierhin kommen. Ja, bei ihr Backen zu sehr. Ja, ich hab grad mein Headset-Control-Packen gekriegt. Es sind zu viele hier. Warum wollte ich denn jetzt von Solution eingeladen? Die Musik ist zu laut. Keine Ahnung. Hast du sie als Freunde... ...oder nicht? Ja. Doch, aber die hat mich grad eingeladen. Aber trotzdem müssen wir hierbleiben. Was mit den anderen? Live ist das Kabel vom Headset. Okay. Nirgendwo. Ist einfach weg. Wo willst du gehen? Warum kommen da meistens so negative Kommentare bei mir Livestream? Du bist wieder live? Ja. Ich bin wieder live. Ganz einfach. Hallo? Warte, ich guck jetzt mal. Leute haben heutzutage keinen Respekt. Ja. Uli? Ich möchte einen Livestream sehen. Hallo? Kannst du ja. Hallo? Hallo? Leute, ihr seid alle bei Livestream. Hallo? 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 Lukas-Racing.de Lukas-Racing.de Digga, das wird niemand machen. Wenn das macht, der ist ehrenlos. Werbung! Du Digga, eine Retaffe machen wir mal auf Werbung zu machen, du Äffchen. Immer, immer die Werbung. Ich mach das eh nur Spaß. Ich mach das eh nur Spaß. Baby aufm Kopf. Aber du sagtest, ich sollte nicht hingehen. Also du schaffst mich engelhaft. Okay, dann geh hin. Ich bin doch nicht alleine. Dann geh hin. Und du kommst zurück. Dann geh hin. Geh deinem Weg. Ich komm nicht zurück. Das geht ja gar nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn du den doof findest, dann geh doch einfach, mein Gott. Diese Person hat einfach mir nur die Meinung gesagt, das ist doch okay. Meinung kann man ja sagen. Ja, mein Gott, aber man kann sich auch anstellen. Mein Rücken knackst nicht richtig. Das ist kacke. Doch hast du, das steht dran, aber nicht mehr, dir ist eh kacke. Damit verstehe ich, dass halt mein Livestream kacke ist und damit lebe ich halt. Erstmal stalken. Hm. Guck mal, da bin ich! Oh mein Gott! Ich seh mich! Oh mein Gott, ich will mich selber lachen, das ist so furchtbar. Bitte? Alles ist gut? Hallo? Oho! 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 Sagt es ihr? Ich hab'n Lachflash! Hilfe! Ja! Wegen mir! Ja! Und du wegen ihr! Und das geht dann so weiter! Und dann muss ich irgendwann lachen! Das ist nicht weg! Oho! 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 Komm mal! Wie kommt das so weg? Ich weiß, warte, was soll ich? Lachen! Ich versteh's nicht! Oho! 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 Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! Ah! Ich zieh! Oho! Ich zieh! Ah-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Aua, ein da ist Meshwenzier! Oh mein Gott, ich bin mir lebt. Ich bin mir lebt. Ja, ich bin mir lebt. Ich bin mir lebt. Das ist mir lebt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr atmen. Ich fände das Mädchen. Ich weiß, dass du das bist, aber ich wollte nicht deinen Namen sagen. May. Bitte? Nein, ich meine gerade Sessi, weil sie hat gerade reingeschrieben, dass sie Black Snow ist. Aber ich weiß ja, dass sie das ist. Aber ich wollte halt davor nicht ihren Namen erwähnen. Ach so. Deswegen. Oh mein, jetzt hast du die Hälfte gefahren. Oh Gott, das war jetzt zu viel. Kuckuck. Geh runter, Fabia. Also das sieht echt wirklich originell aus. Das sieht so cool. Uncool. Wichtig. Da stirbt jemand. Da legt dich auf dem Ball und lacht. Oh, mein Wecker. Oh ja, erst mal dancen. Das war mein Wecker, Alter. Hallo? Ich mag das Lied. Ich mag das Lied. Schau mal kurz vor mein Wecker. Mal Livestream. Und dann spring mal ein bisschen zurück und dann sieht man, wie du da tanzt. Ich schau. Ja, Mann. Ah, mein Zahn. Oh. Jetzt habe ich gerade mein Zahn gegen den Starschaps angehauen. Gegen was? Okay, mein Zahn. Was? Nein, du wirst nicht mehr trinken. Oh, zum Glück habe ich zwei ausgedrungen. Oh, meine Wange. aber sie stehen in meiner hand wo hast du deine hand ja ich habe meinen controller gerade hingelegt also wirklich geht doch nicht in meine hand rein ja 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 wenn ich hätte auch zwar ihre trüftides dort Verschluck dich nicht! Ich hab' den Fascher-Schnupf! Ich weiß gar nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht mehr! Was braucht man, um gute Laune zu bekommen? Zwei Frauen und eine Sonne muss klingen wie ein Mehrstandsflach. Ich will mal weg, na schoß! Wo ist der jetzt? Du guckst wieder so, bäh! Warte, was? Fabi, alles gut? Was? Alles gut bei euch? Habt ihr schon in Hose getrunken, jetzt mal lachen? Oh! Nein! Du? Nein! Ich hab' meine Hand verloren! Mal wieder! Man erkennt sich! Kenn' ich! Kenn' ich! Kenn' ich! Ich kenn' das Problem, ich verlieh' auch gar in meiner Hand! Ja! Eine Schnurrkatze! Und dort hinten eine Person, die lacht! Schnurri-Burri! Oder er gesagt, ein bisschen tanzt! Der Blick verrät alles! Ja, ich kann meine Arme nicht bewegen! Excusez-moi! Der Blick verrät alles! Wildnerin! W-w-what? What? Der Blick verrät alles! Hallo! Oh! 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 Hallo! Hallo! Was?! Hallo! Hm? Die Reaktion von Salonis ist heute armer! Ich kann meine Hand beißen! Komm! Wie es aussieht, so wie eine Pyramide! Arme! AAH! Was? Nicht cool. Manno, ich will meine Hände bewegen, also meine Arme. Das ist so kacke. Du wirst ab nächste Woche so leiden, über nächste Woche eher. Warum schlägst du dich? Warum schlägst du dich? Warum schlägst du dich? Was? Du wirst über nächste Woche so leiden. Pfff. Frau Mädels, ich komm gleich wieder. Weil ich meine Arme bewegen kann. Ich will nur eben meine Controller und so. Alles klar. Okay. Dann kannst du sie auch wieder nicht bewegen. Bis gleich. Alleluia. Oh man. Mach mal ein bisschen Werbung. Oh man. Ich fahre jetzt gerade ein bisschen auf Instagram. Ich schaue gerade ein bisschen auf Insta. Oh Gott diese Spinne ey. Ich habe ein Video gefunden was meine Lache beschreibt. Oh das Geräusch kenne ich. Wir haben wirklich auch so einen Wasserkocher der auch so pfeifen tut. Oh das war einfach so lustig. Wir hatten einmal Besuch, also die Besucherin, sie hat sich so einen Tee gemacht, wollte schnell auf die Toilette gehen. Das ist, ich habe das Geräusch nachgemacht und sie ist sofort dorthin gerannt zum Wasserkocher weil sie es ausschalten und ich habe hier hinten den Arsch abgelacht auf dem Wohnzimmertisch. Oh bist du fies. Sie wolle auf die Toilette gehen und dann hieß es okay da und ich sie ist sofort wieder rausgerannt. Ja ich kann das Geräusch nicht mehr machen, aber früher konnte ich es. Und der Nico ist auch da. Hi. Hallo. Hallo. Wir hatten gerade Lachflash des Todes. Zu dritt. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß ja warum nicht mehr warum ich verrückt habe. Einer hat angefangen zu lachen, dann hat die andere angefangen zu lachen und bei zwei Leuten lachen muss ich auch lachen. Okay. Ich kann immer nur nicht aufhören zu lachen. Okay, obwohl lachen ist gesund. Lachen ist auch gesund. Und bei einer Person klingt süß. Welche Person klingt süß? Was zum Luschen meinst du, oder? Mhm. Ich hab keine Ahnung wie er lacht. Kannst bei meinem Livestream ein bisschen zurückspulen und dann siehst du es. Oder hörst du es. Okay mach ich dann. Ey ich hör alles. Nein 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 du hörst es. Was denn? Solution hört alles. Was? Sie hat grad geschrieben bei Livestream. Sie hat geschrieben. Ey ich hör alles. Wie alles? Geht doch gar nicht. Doch. Kann ja auch einfach bei VR chatteln oder nicht. Sie ist grad kurz weg. Wer ist das? Oh hi Payne. Hallo. Ich hab deine Füße im Gesicht. Bisschen ungesund. Für die Verdauung. Sorry. Bitt mir sehr leid. Echt so? Hahaha. Hahaha. Fäll nicht wundern warum ich jetzt grad die ganze Zeit nachhör. Irgendwie find jetzt alles grad lustig. Egal was du genommen hast du Payne musst du es auch mal nehmen wieder. Hm. Ich sag doch nur die Wahrheit. Jitz 3 wer ist das nochmal? Wer ist das denn? Keine Ahnung. Wer ist das? Jitz 3 wer bist du? Keine Ahnung wer das ist. Ich rate nur vielleicht ist das Lukas. Oh ich hab mich vorhin so verschluckt. Ich wollte trinken. Hahaha. Ich wollte trinken und dann verschlucke ich mich auf einmal vorbei. Äh John wieder anfängt zu lachen. Der Herr im roten Kleid. Ey. Nein 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 Nein. Aaaah. John! Bloß du das? Nein 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 Nein. Ich schwöre. Ich dachte nur erst, ob das jetzt seid Люkas. Aber das ist John. Haha. Nein, ich wusste dass das John ist, aber ich dachte so, komm, ich ... Da hab ich auch Hübscher geschrieben. wheelcher Wer macht das? ich bin das nicht. schlecht ist das nicht ja gut der einzige das sein könnte jetzt der ist dort oben das kann sogar sein dass es vielleicht er ist ich würde dir also ich würde dir so raten anstatt immer dann bleibt ihm einfach gleich und nur die ich würde dir raten vielleicht auch irgendwie so weil ich nicht gehen um die andere kümmern damit die art zu reinzupacken und so was soll ich weiß ja ich würde es halt auch versuchen demnächst weil du kannst es ja machen bevor du den stream startest dann kannst du bei YouTube musst du auch bei YouTube gehen bei YouTube musst du auf Streamer stellen und dann musst du den Namen verändern ich hab das auch früher gemacht ich war ja früher mal YouTuber mit 1000 Abos er bekommt leider keine Gänsehaut wenn du ihn aufstehen ja hab ich immer noch ja das hört sich da jetzt nicht ich hab sogar immer noch aktive Zuschauer und die Frage bis heute war nicht wieder live streamer du könntest halt demnächst wieder live stream machen ich versuchte zurzeit momentan viele live also viele Abonnenten zu kriegen aber momentan habe ich wieder einen Abonnenten verloren traurig ich hab aber kurz zu kriegen ich hab ungefähr zwei Bomben ja ja ich kriege zwei Bomben alles gut Payne will sie nicht zu uns kommen mhm nö ich bleib hier lieber ok schade das wäre lustig wenn du auch da wärst ja weil ich möchte ja auch nicht dass du so alleine bist ja das ist rot hier ach so 1 2 3 4 5 6 7 8 Monate wow da geht mal kurz wieder zu den anderen das sieht doch einfach aus damit man sich nicht zieht boah hi wir wieder da Hi wir wieder da I wanna hand tigers on me to make me happy I wanna hand tigers on me to make me happy I wanna hand to my hand to my hand watching anime I wanna energy Warum macht er das? tschüss werd er es an keine Ahnung ja er Vamos Hab ich ein hill ich geh mal kurz zu Luca und dem anderen tun gleich wieder waaaom waaaom waaom waaaaom waaaom waaaaom waaaom waaaom wenn Looka noch online ist ja m-bach és m-a-sauerkraut m- Vielen Dank. immer noch grün ist auch ein live stream dabei macht einen ich bin gerade dabei bin dabei zu versuchen diesen avatar hier in unity nach länder zu exportieren und naja ich bin auch dabei das zu versuchen das ist bestimmt der lieblings avatar oder das bug zu extremen ich weiß selber auch nicht warum das hier bei der map hier so rumbuckt ja es geht weg hier naja muss ich mal kurz auf safety gehen dann laufe ich mal hier ein bisschen rum wenn du willst kannst du dann auch zu der einen welt gehen mit uns okay viel spaß danke wenn ich halt dann dort wieder bin dann kann ich dich einladen dann kannst du auch ein bisschen mit uns reden bist nicht so einsam ja hallo alles klar danke aber ich bin jetzt auch mit dem backst du oder? ja tja 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 Vielen Dank. Ich schaue ein bisschen rum. Ich schaue ein bisschen rum. Halt nur ein bisschen so umgucken. Ich bin auf jeden Fall wieder da drüben. Okay, ich mache auch gerade nebenbei so einen Livestream. Das ist so. Dann ist es sehr gut. Mhm. Okay. Das ist auf jeden Fall. Ich bin noch da drüben. Ich würde so... 80 Prozent werde ich einschlafen. Okay. Wenn du Glück hast, sind die 20 Prozent. Ja. Deine glücklichen 20 Prozent. Warte, ich schicke dir da noch eine Freundschaftsanfrage. Alles klar. Ja, danke. Jo, bitte. Und sieht sich. Jo, ja. Ciao. Jo. 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 Vielen Dank. Ja, mein... Ja, bin wieder hier. Moin, Moin. Ja, Moin. Oh, das fackt wieder etwas. Und was macht ihr grad so? Probier mal, langsam zu werfen. Ja, Moin. Sehr langsam, aber krank. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Ja, das ist krank. Ja. Hä? Hä? Oh. Oh nein. Schrägwein. Scheiße. Oh. Moin. 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 Ich war was. Ich bin Luca. Oh, ich hab'n. Also ein random. Diebe geht durch die Popo, ne? Luca? Das ist der DJ heute. Also das ist ein random. Ey, schau mir doch durch den Ball. Ist ja mein Ball. Sau ist. Jo. Jo. Feuer. Nö. Das ist richtig krank. Nice. Nice. Heute, seit lang gibt es drei DJs. Schon immer. Schon immer. Nice. Da waren immer drei auf Reserve. Die befummeln sich auch noch darunter. Ja. Und wer ist der Hauptbieter? Damit die sich befummeln können. Oh. Ich hab's perfekt zum. Dom, warte. Mia Mo. Ich hab'n sogar. Leute. Die befummeln sich auch noch da unten. Mit einer Hand spielen sie immer mit der anderen wird was anders gemacht. Mein Nico. Du siehst auch immer nur sowas. Okay, doch nicht. Die spielen da nur unten Knete zusammen. Die bauen doch eine Pizzeria auf Knete. Ich fahre jetzt nach Ende. Da bin ich nie gar nicht für Luca Pizza. Das wär jetzt auch richtig gemein. Luca. Das sind hier deine Turntables. Damit kannst du quasi das Lied vorwärts und rückwärts spielen lassen. Und. In der Geschwindigkeit wie du es drehst. Ja, ich bin ein bisschen zu klein. Ja, wenn's doch wirklich gehen würde. Hier kannst du ein... Oh. Ups. Ja Moin. Hier kannst du tiefen Höhen und tiefen Mitteltöne und hohe Töne einstellen. Hallo. Die Leute ist beweglich sogar auch noch. Du kannst mich das alles fragen. Ich weiß das. Warte, ich mach mal kurz hier. Ja, ich hab selber bespult zu Hause hier liegen. Ne, HD ist besser. Ich will Multi. Ich will Multi. Gucken bin der. Weil ich der Master auf die Saal bin, Digga. Wer ist der Master? Zeig mir mal den Master. Boah, der bist gelaggt hat. Was war das denn für ein Lag hier? Was war das denn für ein Lag? Was soll ich machen? Ich bin der Master. Hilfe, ich bin blind. Ich sehe ihn jetzt. Roka, du roh Liebe ist die geilste Liebe. Wie ist das? Welche Liebe ist die geilste Liebe? Das willst du nicht wissen, denn wir müssen zu jung. Oh ja. Was? Habt ihr gerade Roku halt lieber gesagt Ich bin der Kind und ich hab mal, wenn's nichts zu tun Hallo? Wer jetzt gibt mir Mut? Ein paar Mal, bis ich stand im Tier Was ist? Ein Hydra Hättest du gerade alles aus mir? Ich bin natürlich ein Mitglied von der Hydra Ach das ist alles was ich angeklicken will Warte, Maiko hat das noch ganz gesagt Maiko, Maiko Ja das stimmt Dass die Welt zu reggae ist Maiko ganz ganz wichtig Heil Hydra Ja Ich muss auch sagen jetzt Heil Hydra Ey Jetzt tatsch dir eigentlich mal die Pistler Ich kann das anwachen, aber irgendwie macht jemand mit dir so aus Was? Ja? Sag halt Hydra Mann ich hasse es immer wenn man an meine Tür klopft und dann halt nicht reingeht Schon traurig Was auszumachen? Strohwohnen Das würd ich auch machen Den hab ich doch gar nicht ausgemacht Was denn? Der Typ gehört nicht zu Hydra, der sagt das nicht Der sagt nicht halt Hydra Halt Hydra Halt Hydra Halt Hydra Drei Corona Ganz flott Der Typ Äh Was wenn jemand an deine Tür klopft und nicht reinkommt Ich will Das würd ich auch machen Ahhhh Weil das macht man einfach Ich komm da nicht mehr hoch Sowas mag ich eigentlich gar nicht Weiß ich nicht Nicht da Weiß du doch Sowas macht man aber Dann sollte man schon reingehen Ja natürlich Ja natürlich Wenn wir zu den kriegen wir mal kurz 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 Okay Moin Beißen Moin Beißen Luca ich bin gleich wieder da ich gehe kurz ok? Abzieh's kurz Okay Machst du ein Breakdance Luca oder? Abzieh's kurz Auf mein Kopf Kein Küsschen Kein Küsschen Kein Wortschritte Ey das bin ich Alter ich war am Lachen Ja Okay Bis später Ja Jeet Lol Hallo Markus auch noch Abschiedsgrüßchen Ich muss kurz gehen Okay das kann unser fette Hurensohn sein Ach Markus ist wieder da Das tue ich wieder Hi Markus Abschiedsgrüßchen Servus Hallo Markus Lanz Okay bis später Markus Hallo 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 Ne von allen Seiten Nico Ich komme wieder gleich Auch Abschiedskurs Aufstehen Würde ich umarmt von dir Aufstehen Okay Nein Warte jetzt hab ich mich umarmt gefühlt Dein Ernst Ich mach Rappen Deinstufen du rülps noch Dann machst du den Playern Dann machst du den Playern Royal Rülps Nein Leute bitte Ich will Opa ich lüte dich sonst Ich fühl dich sonst Muten Rülps Alles gut Okay das hast du gewollt Opa Alles gut Das hast du gewollt Nein Dark Knight Hallo Verkoppelst du mal Verkoppelst du mal So bist Aha Hey Markus Okay Es gab 18 Das haben sie Also Wo soll ich die anrufen eigentlich? Marco, ich schau mal unten hin, Marco. Ich schau mal kurz da, ja. Ich muss mich mit dem Geld gehen, Shit. It's a trap. Wieder anrufen. Also deswegen. Das hört sich nach Auto an. Okay. Ich hab nichts dagegen gesagt. Marco ist hier ein Eiskis. Hm. Wo ist das da unten? Oka! Noch mehr! Okay, hallo. Wo ist Oka? Ja, spielen wir heute DJ. Was? What the fuck? What? Vielleicht haben sie wieder was zu gehen, weißt du? Oder sie ist Essen oder sie ist gerade nicht da. Kann ja auch sein. Ich bin Mann. Ich bin Mann. Natürlich. Was? Zweitens, ich kriege doch einen Kranken Center Speaker dazu. Kommst du kurz mit? Ja. Bei zwei Leuten. Ich hab einen Hass. Ja. Bei welchen? Kenn ich die? Ja. Du bist gemutet gleich. Und das ist noch besser sein als es. Ja. Das kann man einstellen. Das kann man einstellen. Ja. 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 50.000 Euro Anlage. Was? Und ich hab mir das unten auch verneut. Stimmt, meinst du mal? 50.000. Nicht, dass es wäre 8.000. 50.000, 8.000 Euro. Ich weiß nicht, was war das? Ja, sicher wird es nicht. Ich geh kurz zu Anna für mich. Ja, ja. Ja, wir haben schon gut gehört. Lautsprecher ist mal bei euch. Geil genug. Dann wird wieder aufs Alles. Ja. Okay. Ich hab jetzt auch nicht so fiktiales Haus. Da hab ich nichts mehr drauf. Ja, das hab ich nicht gelesen. Ich hab nur gelesen. Ich hab nur wieder aufgesprochen. Luca, Aqua Drop. Und das war noch so fiktial in die Wand ist. Ja. In unserem anderen, in Wohnzimmer fallen die Bilder von der Wand wenn man ihn voll aufdreht. Mhm. Das ist ja der Marco schon sehr genau. Und mein Zimmer ist halt noch stärker, aber der Raum ist perfekt quadratisch und es hat gute Gewände. Das heißt, du passt so stark in den Zimmer. Jetzt habe ich dich verwischt. Ich habe mich begrüßt. Was war das? Ich habe wirklich nicht richtig geholfen. Hey, aber bitte hör auf, okay? Ich mag das nicht. Ja, ja, ich hoffe. Danke. Ja, grüßt. Das ist auch geil. Markus? Ich glaube, wir hatten da Rindo, hatten 2 oder 6 Jahre. Markus, der Setterspeak hat doch 700 Euro. Ich habe ein neuer für mich. Wie alt ist er? 5 oder 6 Jahre. Das geht. Das ist nicht schlecht. Das ist vollkommen wurscht, Markus. Selbst 30 Jahre alte Lautsprecher sind krank. Sonst hat sich ja nicht so viel geändert. Luca, hast du die? Bei einem Bumble. Kanton. Ach so. Die haben ihre Premium-Reihe heißt Karatz und ich habe meine Sachen mit Karatz. Die sind voll geil. Keine Ahnung, was das Gute ist oder nicht. Jetzt hängst du dir leicht im Wasser. Doch, mein Vater, weil das ist richtig gut. Das ist mein Vater. Das ist besser sein. Das tut ihm weh. Das tut ihm weh. Ich gewin' zwei Wochen bevor ein neuer kommt. Ja, er hat gesagt, ich würde sicher lieber einen neuen kaufen, aber die Mama weiß es nicht. Da kommt deine Mutti und sagt denen, eh eh. Nein, weil die macht's wieso nicht viel Bass? Aber unten kannst du nichts sagen, wenn dann alles vibriert, Markus. Warum füßen seine Zunge? Wie groß ist der Rufer? Der ist einen halben Meter hoch und halben Meter breit und tief. Respekt. Ich hätte keinen Zollangaben. Aber einen Zoll? Weil alles einen Zoll angeben wird, weil die Amis da denken, die haben den längeren Finger. Ja. Ich rede jetzt von dem Format vom Wuffer, nicht vom Ding selber. Achso. Nein, ich rede direkt jetzt von. Ich glaube, das ist 300 Millimeter, glaube ich. Das sahen... Schau, Luca. Ha, was? Ja, Siri ist bei dir an. Siri ist bei dir an. Ja, ich hab's mitbegangen. Günter. Ja. Ja, das ist wirklich ein bisschen sehr fest. Ja, Markus, soll ich denn nur schicken? Ja. Kannst du machen. Was? Er hat Samsung gehabt. Er war Samsung-Fanboy wie sonst was. Er hat sich auf Samsung einen runtergeholt, aber jetzt ist er ein Apple-Fanboy. Ich hab auch AirPods Pro, ja. Ah, die sind wirklich gut. Na gut, die sind wirklich gut, das muss ich zugeben. Na, man muss sagen, die AirPods klingen echt nicht schlecht. Die sind echt nicht schlecht, aber ich bin nicht in diesem Preissegment. Die sind auch gut, die finde ich in den Ohren richtig göttlich. Die liegen so gut drinnen. Die neue AirPods Pro genauso, Markus. Nein, Luca. Von Gefühlsechnisch her fand ich die Galaxy Buds angenehmer als die AirPods. Naja, ich finde, dass die Galaxy Buds wie ihr Hörgerät da schon. Hm. Hä? Die AirPods Pro haben auch andere Gummi-Aufsätze. Ja. Die normalen AirPods haben das nicht. Ich wusste nicht. Ja, die Hörgerät, ich hatte die Galaxy Buds, aber ich fand sie scheiße. Du hast sie im Zug verloren, schon mal nöger. Ach, schon zu scheiße? Ja, ich fand sie trotzdem scheiße. Also, dass ich das erste Mal meine AirPods-Gen zu hatte. Apple ist scheiße. Ja, könnte man sich nicht ausgehen. Die Apple waren gar nicht. Die Apple waren gar nicht. Ich schon, Apple ist geil. Ich bin mehr so, ja okay, ich bin auch an Android dran gewohnt. Ich habe zwar ein iPhone. Wer hat das gerade gesagt? Ich habe also ein iPhone 5s, aber benutze ich selten. Ja, 5s ist auch gerade kein Flaggschiff. Du kannst keine alten iPhones mit neuen vergleichen. Das ist ja nicht, weil sie ein OLED von dir jetzt einbauen. Benutzt du iPhone, Luca? Ja. Besitzst du ein iPhone? Doch. Ich bin enttäuscht. Ja, sicher. Aus der kurzen. Aus der kurzen, sondern einem halben Jahr. Ich bin enttäuscht. Ich habe 10 des Max. Ah. Ich hatte davor 6 Jahre lang Samsung und dann würde ich auf iPhone umstecken. Beste Entfernung meines Lebens. Es ist noch für die Kinderschuhen. Ich habe jetzt Huawei, ich will aber wieder Samsung haben. Mindestens 10 Jahre. Ich bin happy mit iPhone. Ah, das können schon seit Jahren. Nur wirklich. Das geht schon ewig. Freundlich war das jetzt noch nie. Sick. Curved Fernseh und so. Nee, war nach davor schon. Ja, mein Fernseh ist auch... Meine Augen sterben. Die VR-Brille ist nicht curved, er hat das. Nein. Aber Werkzeug, der hat einen... Curved Momentum. Ich meine, ich habe eine VR-Brille. Und das ist... angenehmer. Nein, gibt's nicht. Nee, die haben alle Linsen. Die haben alle Linsen. Es gibt keine mit Curved Displays. Es gibt auch welche, die haben 2 getrennte Bildschirme für jedes Auge. Ja. Mhm. Die Index zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob gerade ein Curved ist. Ich weiß nicht, ob gerade ein Curved ist. Das hättest du auch. Die Index hat schöne zwei Bildschirme. Das stimmt. Okay. Nein, tut man nicht. Tut man gar nicht. Also ich habe das Problem... Ich habe tatsächlich das Problem, dass die Linsen... Ich habe die schon relativ bald zusammengeschoben. Aber ich habe trotzdem halt... Einschränkungen im Sichtfeld. Na gut, ich habe so weit gemacht... Das ist aber... ...weil du deine Quest hast. Na... Ich habe auch noch drei Karten. Ja, fest mit dem Kabel von der Quest. Hast du trotzdem nicht dasselbe Sichtfeld wie mit der Rift S oder so, weil... ...die Quest nicht schafft von der Leistung her. Auch mit Kabel. Ich habe überlegt, die Quest zu kaufen, aber na. Ich benutze sie auch, wenn ich unterwegs bin, ne? Ja, das habe ich nicht. Das freue ich nicht. Aber trotzdem... Nein, ich glaube, das war die Pimax. ...per via auf dem Slink funktioniert das trotzdem ganz gut. Nein, ich glaube, das war die Pimax. Ich habe es euch schon von einer erzählt, Markus. Ich habe mir jetzt so ein Tool... Achso. ...die von der VR-Brille mit kompletten Sichtfeld. Das ist nicht die Pimax. War es nicht die Pimax? Die Pimax hat aber auch so... Nein, die Pimax hat einen extrem breiten... ...bei 200 Grad. Aber die neue, die rausgekommen ist, die 3000, hat 220 Grad... ...und 130 Grad so. Die hat was 1 zu 1, wie es in echt ist. Achso, die war es. Aber trotzdem noch viel zu teuer für jeden. Mit Eye-Tracking. Ja. Aua. Eye-Tracking. Ist halt eine die Erste, die das so gut... ...was alles kann. Wenn VR mal mehr Leute kaufen, wird das eh alles billiger werden. Bestimmt. Aber VR ist doch immer nicht... Leute, wenn ihr wollt, ich gehe jetzt in Solution. Wenn ihr auch mitkommen wollt, dann... Wie viele Snaps kriege ich die ganze Zeit? Ja, ja. Ich sagte nur, es muss halt ein Hersteller anfangen... Markus! ...ne Brille für die Quest noch günstiger rausbringen. Wollt ihr dann kommen oder nicht? Oder später? Ja, das... Solution. Also ich kann hier nicht kommen. Ist sie alleine? Ne, sie ist gerade... Warum kann sie nicht herkommen? Nein, sie kann nicht herkommen, weil es für sie hier... äh... ...backt. Wir können jetzt hier gehen. Also ich gehe jetzt dann mal zu Solution. Du brauchst auch noch eine. Ja. Ich glaube, ich komme nach, mal schon. Okay. Ja. Boah, backt es, backt es. Ja, ist ja gut. Hello, my friends, I'm back. Oh, es backt. Oi, oi, oi. Hallo. Hi. Ich trecke meine Hand gar nicht. Hey! John, du perversing. Geh runter! Hm? Ich weiß, das sieht man jetzt auch mal wieder ins Nubsteen. Nein! Also Luca und so weiter kommen auch gleich. Ich meine... Wahrscheinlich nicht. Markus ist nämlich jetzt auch online. Das hört sich jetzt wirklich gerade so an, ob du dein Geschäft erledigst. Was? Das hat sich gerade wirklich so angehört und du so deine Geschäfte erledigst. Ja, weil von der Seite sieht es aus, als wäre dein Hochsohn. Ja, sieht geil aus, ne? Bitte nicht in meinen Schritt gucken, ja, danke. Oh, doch. Geh weg! Geh weg! Entei! Ja? Ist mein Spitzname. Was? Ah, alles klar! Was? Was? Guck ab, bist du hier und du musst wieder lachen und du bist, was bin ich herrlich. Was? 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 H-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Hilfe! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Halleluja, weil das auch ein Tun, Abel. Stimmt, wir wollten irgendwas freuen von mir, weil irgendwelche Personen, wahrscheinlich mein Papa wieder, an der Tür geklopft hat und ich jetzt kurz mal rüber ins Wohnzimmer gehe und dann gleich wieder herkomme. Danke, Junita. Okay. Yo. Ich hör mich einfach. Ich muss mal gerade einen Kollegen Livestream schicken. Und ich hänge schon wieder, kann mich nicht bewegen. Oh, meine Mutter hat vor drei Schönen angerufen. Verkreckt. Das ist tot. Egal. Duos. Hallo. Ich kann gerade meine Hände nicht bewegen, aber hi. Hi. Der Boden bewegt sich mit. Witzig. Nee, nicht witzig, muss gleich ändern. Was ist bei der Farbe los? Wer kommt da jetzt angerannt? Ja, du. Hallo. Der ist weg jetzt. Lost. Luca, ich habe eine gute Idee. Ich habe Bock auf ein Echo. Hallo. 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 Ich habe es nicht da. Ja, ey, wir wollen nur das Echo hören. Hallo. Jüt. Jüt. Warum streichelst du seinen Kopf aber meinen nicht? Okay, Entschuldigung. Nicht die Nase. Mensch. Ja. Warum lassen wir bitte den Hals in der Nase? Ich habe die Nase. Bei mir ist mein Spiel viel einfacher so abgestürzt. Besser um, please. Warte mal kurz. Jus. Das gibt es ja wohl nicht. Bitte mach deine Freunde, sonst blockiere ich dich. Ich sitze mal kurz über Lappen. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Ich habe ein bisschen was im Hintergrund gehört. Echt? Irgendjemand hat ein Spiel gekauft. Irgendwas, irgend sowas. Ach so, ja, wir haben gerade ein bisschen über so ein Zombiespiel gerade geredet. So Left 4 Dead und World War Z. World War Z. Ach so. Ja. Mann, Niko, du und deine Musik. Alles gut, Niko. Alles gut. Hi, Niko. Hey, warum immer ich? Wieso, immer ich? Hör du die Musik an, aus dem Hintergrund. So einfach nur sofort Niko und deine Musik. Wird immer Hallo gesagt. Ja. Niko und deine Musik. Ich habe Hals gesagt, also. Hör ich da mal im Finger. Ich dachte, ich hätte so eine Wunde am Finger. Das war einfach ganz zur Zeit so ein Krümel noch vor meinem Frühstück. Was ist denn los mit dir, Luca? Er macht immer noch Party. Luca, Luca. Luca, ich habe das Verstand Schlimmes. Ich dachte, ich hätte Krüste am Finger. Ich dachte, ich hätte so eine Wunde am Finger, wo Krüste ist. Das war einfach nur ein Stück von meinem Brötchen vor dem Frühstück. Hey, es ist so los. Da war ein Finger, klar. Okay, klar. Ich habe schon deutlich, dass ihr mich hören könnt. Jetzt hören wir dich. Ich höre dich. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Ich kann euch nicht hören. Ich weiß nicht, wieso. Ich darf das. Ihr darf das. Ja. Ich habe sie eh mal schocken. Ich höre die Wettmusik, aber ich höre euch überhaupt nicht reden. Ich verstehe es nicht. Ich darf eben spielen. Äh, was ist das? Ich muss mich da gerne aufhören, gleich. Das ist mein Mäßchenk. Luca. Ich darf das. Ich darf das nicht aufhören, ich darf das. Ich bin nicht, ich, ich, ich ehre die Ohren. Oh, Markus, wir wollten dich nicht mehr sehen. Oh mein Gott. Alles wird gut, Markus. Markus, schau dich an, schau dich an. Markus. Oder auch nicht. Markus. Markus. Oder auch nicht. Süd. Markus. Alles wird gut, alles wird gut. Wo bin ich jetzt? Ich bin ein bisschen Zauberland gerandet. Markus. Das ist Fick. Wild. Das ist Fick. Erste noch, was das LRB ist, Markus. Krank. Ey, ich kann da gut gehen. Ja, ich kann da gut gehen. Das habe ich die letzten zwei Wochen nicht abgegeben. Ja. Entschuldigt dich jetzt? Nein, das ist nicht der Mann. Boah. Boah, das ist das für ein Avatar. Luka. John hat einen Avatar, den ich nicht kenne. Luka, guck mal, ich kann eine Route to one machen. Ja, moin. Luka, 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 Luka. Guck mal, Luka, ich mache eine Route to one. Eine Route to one, eine Route to one, Luka, eine Route to one, Luka. Nja, uuuhhhn. Was ist das für ein Avatar? John, dürfte ich fragen. Njaumm. Was ist das für ein Avatar? Keine Ahnung. Njaumm. 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 Dein Gesicht ist gerade was an. Oh mein Gott, was war das? Njaumm. 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 immer im Jahr und schon ein Wunder mit seinen komischen Emotes oder im Jahr um die Mäste machen Nihon Nihon irgendwas stimmt da nicht Nihon die die Brum 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 jetzt hast du ein Kolbenreiber und bist kaputt Brum 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 bitte, halt einfach dein Maul ok? Brum 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 Oh Gott ich hab keine los ja eh eh aber das das ist ja einfach dein Afterwards da drin ist sie nicht wirklich anders sein er hat auch vor der Karte das glaubst du mir zwar nicht ist aber was ist das für ein Astromotor drin kommt sag mir komm 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 der ist komplett anders aufgebaut hey do you want to knock my banana äh beim Karte ist komplett anders aufgebaut genauso wie die Anschauung genau so wie es geht trotzdem den Motortypen ändert sich auch nicht selbst beim Fahrzeug zweitag, viertag ja zweitagter und viertagter das hat so gut wie jedes Auto jedes Auto also Autos wird nicht mehr so gemacht, zweitagter hat klar kein Auto auf diesem Planeten da sind auf Motorräder auf coolen Mopeds und Motocross, die haben viertagter es gibt einen, es gibt einen der steht sogar vor unserer Schule immer mit seinem wie heißt denn nochmal, mit apanischem Teil auf jeden Fall, Mini-Car oder so heißt er das hat ein zweitagter ist dasnarr, war ein Rasmiaerилось und eigentlich der ist ein komischer Name weisst du warum Rasenmir und so zwei Takt da haben die Schlochr und Schlochr und Schlochr ja schon, warum warum sehe ich immer so aus als ob ich mich von debrief ich könnte von jedem der zuerst kind sein ich bin immer kleiner als jeder performance wie wenig er ist drehen ist sehr schnell hoch ich fühle mich grad voll schlecht warum wieso habe ich gerade gelesen aber hat das noch nicht gemacht hey ich hoffe nicht also das macht es ja blöd ich bin mal gerade gucken ich müsste das nicht schon wieder ich bin eigentlich die leute der gruppe wisst ihr das eigentlich ja ich habe die gruppe erstellt ich meine die gruppe nicht was der gruppe wir waren im disco der bernhard bhr-chat gezockt und ich habe ihn gefolgt ob ich mitzocken darf und das hat so angefangen das wird auch nicht passiert sehr spannend dann kamen immer mehr leute dazu hallo hallo nein ich habe ich konnte euch nicht hören ich habe den christian gegeben auf die backe ich hatte eine vr-brille aber die ist kaputt und die bringt mir gar nichts ich habe dich gerade hinzugefügt ich hatte dich auch noch nie in der freundschaft und frage ich möchte dich auch bei freund haben wir sind für freunde ok freunde sein wir sind doch freunde wir sind freunde ich muss mal gerade einen freund grüßen ich meine ich hey grüße gehen raus an ich weiß noch mal wie hallo Ulrich grüße gehen an Monzo und Ulrich raus äh das muss ich auch noch äh Monzo und Ulrich ja ihr wollt ja dass ihr die Grüße sagen perfekt ich hoffe der sieht das jetzt er meinte er schaut nur kurz das ist warum ich das zu lange gewartet habe also wenn mal der Wecker gestellt wird dann kommt der ist hier perfekt ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus in der Gruppe was da los ist ich glaube das macht er nicht du bist hallo ich bin voll klein oh Gott ja ich bin riesig naja ich habe gerade Skin gewetzelt wegen Sitzen her oder? ne dann das andere ich möchte mich auch hinsetzen aber es geht nur ach so also im realer sitze ich grad schon aber im spiel geht es nicht ach so ja im realer sitze ich immer oh man ich bin voll body das macht er dann mich gerade übelst an das Lied aber Payne hat doch gar nicht gesagt dass er die Gruppe verlässt naja weiter oder? da hättest du es schon gesagt wenn du dich lest das doch mal richtig gut ich hätte es nämlich jetzt nicht gelesen deswegen Baby auföö der hat aufgeschrieben der verlässt die Gruppe okay ja hat er oh mein Gott er hat es gesehen yay du 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 äh du triggerst mich grad leicht warum sollten wir jetzt dabei lügen ich? nein nicht du ich meine du ich schon wieder mit ihm ich geh zu ihm was? 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 du musst die Stimmung auch bessern du musst die Stimmung auch bessern kennt zufällig jemand äh meinen neuen äh meinen neuen äh Sound mit dem ich auch weggele mein Wecker Sound bestimmt der ist mit dem auch du musst nur ein bisschen rum experimentieren ne was anderes willst du mich triggern? hm? sag's mir mal ist aber fast das gleiche ich sitze ich bin die breiteste Kante ey ich hab dir ich hab deine Hand im Gesicht nico ich bin jetzt bestimmt kleiner als du Hilfe das ist jemand du musst das nein warte 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 wenn ich in die Öffentlichkeit über im Umlauf mit meinem Handy und dann hab ich äh doch du bist kleiner kacke also steh mal es liegt meistens so am stehen her siehst du ich bin kleiner doch doch du bist kleiner ihr seid beide viel zu klein wir sind groß in den inneren ich bin groß in den inneren vielleicht nicht äußerst ich ja stehe ich jetzt gleich Lukas wieso? weil wir klein sind ich sag dir und ich kuschel später kommt äh später kommt noch mein Wecker und dann dann wirst du sehen da wirst du dich erschrecken ich sag dir ich kuschel gerne ich kuschel jetzt gerne ich kuschel jetzt gerne ich mach jetzt ich mach jetzt extra meinen Sound für später auf dem Maximum oh was war das? so Benachrichtigung System Medien alles Maximum so wenn es jetzt nicht schlau ist dann später was ist das denn schon wieder? ich weiß ich ich kuschel grad gerne nur hey was sind das für Köpfe die da rum sprengen? keine Ahnung ich weiß es nicht also Schiff F8 also Schiff F8 bei mir ist Schiff F8 das hier Schiff F8 äh nein auch da warte ich lächle für die Kamera ok warte ich seh nichts ich seh nur da ich seh deinen Kopf nur oh Gott warte ich will grad gucken welche ich lächle für die Kamera ich lächle für die Kamera ähm warte mal wer ist denn das ich hab keine Ahnung du musst neben Juli äh neben Juli neben äh Fabi ja mein Gott lass mich mein Gott das muss doch nicht so sein ich kann auch kein Deutsch keine Sorge oder komm hier hin boah ich kann meine Hände nicht mehr lang zu halten ach da sieht man dich nicht hä was mein Gott geh dahin John geh dahin geh dahin geh dahin dann hast du Lusche kannst du doch was zusammenbringen ich nehme mich hier sag mal also Luca da musst du deine Arme besser für Miriam wenn du schon so die ganze Zeit nicht halten kannst ich bin doch nicht dran das ist das für eine spannende Position ja aber ich kann auch die ganze Zeit so machen ich bin doch nicht dran da war's ich hab's gesehen tut das nicht irgendwann den Armen weh ich mach einfach Screenshot gleich weil mein Screenshot ist wahrscheinlich besser ja dann mach warte so hart muss ich aufschalten so ich hab auch eine Screenshot Nummer okay ja auch nicht in mein Gesicht ein Screenshot wurde betrieben hat er? klick das dann bitte in die Discord Gruppe rein okay jo einen Moment ja okay er hat's warte ich mach noch ein paar äh weg damit weg damit Dropbox geh weg dann lass uns nochmal andere Dinger machen so Dropbox okay so so 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 er ist da hinten gerade gekommen ich seh da einen im Spiegel ey ey start in your rescue panda 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 kommt zu mir panda komm panda komm wir rennen dann komm panda zu mir foto foto nach vorne na du bist klein du musst nach vorne am besten sonst bitte ein Stück nach rechts komm panda mhm mhm vielleicht gehst du vielleicht so ne leere Lücke ja irgendwie schon vor mein äh vor mein Bein ne ja geh mal nach hier bitte oh oh lecky 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 bei mir alles gut ich mach ein paar Screenshots irgendwas wird's noch ja okay zack 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 hast du die ganze Zeit einfach nur die Tasten zu hämmer hast du ein Bild gemacht ein Bild boah ich will nicht mal zu wenig guck mal wir haben dann Lückenfüller da kommt noch jemand Payne komm auch dazu Payne komm auch dazu du gehörst auch zum Foto warte 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 komm hier das war ganz kurz hier 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 perfect jetzt immer alle panda du kannst ruhig verstehen ich glaub du bist ein bisschen zu tief noch einer Leute ich mach mal jetzt mal kurz ein Screenshot stell dich genau neben dir Panda komm ich hab einfach meine Dings oh mein Gott das lag das lag meine Einstellung von Windows für die Screenshots auf 200% gemacht deswegen sind sie halbwegs okay anzusehen bei mir ist irgendwie sowas mit hoch mit einer hoher Grafik ja ich wünschte meine Screenshots würden mit 4k Auflösung wie mein Bildschirm das machen aber Screenshots werden niemals in 4k rein vielleicht später irgendwann in der Zukunft aber jetzt momentan unmöglich aber sonst ich hab auf jeden Fall ein paar Screenshots wir grad mal gucken oh Luca ja die sind voll okay inzwischen sind sie halt voll okay die Töluischen muss gleich sonst kotzen warte ich geh mal grad kurz gucken welche am besten sind und weinen ne das muss ich nur wenn so viele Leute rülpsen ey widerlich ganz ganz widerlich das hier ist ganz schlecht das hier ist ganz schlecht ich brauch ihn ich hab ihm nur gewirkt ja Ich mach mal gerade, warte. Was hat ihr? Ich kenn den Weichstwerk, ne? Ich kann jetzt... Was? Ach du Scheiße, was hat ihr... Das hört sich so behindert an. Alle Das ist krank. Aber du. Das ist GAS krank! Wer ist gerade so GAS krank? Hallo! Sag mal ganz laut! Was für ein Teil? Suck! 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 Er ist eigentlich gerade zu GAS krank und machst du was? Suck! Was? Kann ich den Namen hören? Ich werde voll angehustet! Wer hustet dich denn so an? Das süße Ding hinter mir ist ein Roboter! I'm a robot! Alles ok bei dir? Da ist schon wieder jemand rot! Also ich mag den ja meistens! Ah wie alt! Den Küss hast du mitgegeben! Oh Geil! Oh Geil! Ich verstehe kein Wort! Halt mir bitte die Ohren zu! Ich nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Nein! Mach weiter! Oh Gott! Oh Gott! Ist das gerade live! Oh Scheiße! Sind die kaputt die Leute! Sind die kaputt die Leute! Der ist der andere mit dem... Ja! Der ist das andere! Der macht das andere! Der ist ganz anders gaskrank! Also ich weiß noch nicht! Ich glaub ich hab etwas für den nicht gefunden! Jetzt ist so ein Niesel und er vom Youtube! Oh Gott! Ich weiß noch nicht! Oh Gott! Ich weiß noch nicht! Scheiße! Meine Stimme! Ich stehe ein Körner! Nein! Oh Gott! 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 Ich glaub ich hab zu wenig getrunken mit euch noch nicht zu halten bis jetzt! Oh ja! Ich seh ich! Ich fühlt euch einfach nur gaskrank gerade! Ich hab gar nichts getrunken! Ich fühlt euch grad einfach nur gaskrank! Wie ist das? Ich weiß nicht was ihr habt! Ihr seid irgendwie krank! Hallo! Hi! Von wem bist du befreundet? Ach hier! Was? Von wem bist du hier befreundet? Oder wen kennst du hier? Scrimmix? Ah Scrimmix! Willst du an Team Yellow Seen? Hallo! Keine Reaktion! Ich hab die Reaktion gehört! Oh ich hab die Reaktion gehört! Scrimmix! Auf die Suche! Wir haben gar nichts gehört! Entschuldigung! Was? Alles auf Stream! Ja! Was? Was? Da wemst du sofort weg? Von mir passiert gar nichts! Da freu ich mich doch! Da ist mal so ne 10 Jahre Reaktion! Da freu ich mich doch! Da gucken bestimmt viele, oder? 50.000 Zuschauer! Ah geil! Das mag ich doch! Genauso will ich das! Ich hab Probleme! Ich hab Probleme! Ich kann mir nach vorne kratzen! Baby, komm! Wir gehen! Doch! Auf Wolke! 80! Nein! Boah! Waah! Ja! Was hast du da grad gemacht? Deutschland! Ja! 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 Ich hab dir einen Mundkusch gegeben gerade! Jetzt müssen wir wieder weglaufen! Ne! Nimm ihn mitzugeben! Oh du, was kippet ihr vonhört! Oh, keine Ahnung! Die auf Eindisch! Die auf Eindisch gesehen! Warte mal! Die auf Eindisch gesehen! Ob ich meine Ahnung! Die auf Eindisch gesehen! Die auf Eindisch gesehen! Müsse man mit Akzent sprechen! Und dann, mit Kleinen! schon mal 20% noch so 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 ich habe mich jetzt wieder zurück war das nicht hier run d nee das lied ich komme gerade nicht drauf ich höre auch keine lieder warum höre ich keine lieder mach mal settings und dann kannst du welt lauter machen oder oder dann musst du mal die map komplett neu laden dann musst du mal auf äh worlds nein warte ich mach dings an ich mach mal kurz von vorne die musik ist doch vorne ich hörs doch oh hallo aua was warst denn jetzt auf der welt erkannt sein dass du die ganze nochmal neu laden musst damit die musik hast geht auch eigentlich schnell da gehst du nur auf äh world dann you are in gehst auf die welt und go nein warte nochmal dann ist sie komplett neu es hilft doch wenn ich die musik von vorne starte aber die ist doch an ja er hört sie ja nicht ich hör die ja ja er nicht wenn er sie nicht hört dann kann ich sie von vorne starten er hört sie ja ok na gut dann mach ja moin na waldkiss moinsen ja ah stimmversteller lol ich überlege ich hab schon hochgepitcht au oh scheiße ist das auch ja moin ja moin das hört sich an wie so ein weiblicher chickmann das hört sich an als ob du so den ganzen heliumballon genommen hast und inhaliert jetzt ab oder naja naja ich hab ja auch ähm ich hab ja auch ähm eine stimmversalte halt auch an haha 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 sorry ich kann richtig ernst nehmen mit der stimme oh fuck alles gut ich hab ja ich hab ja bevor ich mich angemacht hab ich muss auch die ganze zeit lachen und wo ich auch kurz meine leichten machen mache ja ja bitte nimm weniger alkohol äh alkohol helium ja das ist echt streamst du ja streamst du oh sag nichts falsches alles gut also wir haben überhaupt über gar nichts geredet alles normale themen ja ja alles clean genau genau wie direkt die Stimmung im Arsch ist wie direkt die Stimmung im Arsch ist haha 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 was ist bei noch jemand grad das linke Trommelfelgel platzt ja bei mir haha ja gut dann bin ich nächstes okay oh fuck 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 haha haha k k k k k Warum war ich da nicht dabei? Wo habt ihr das denn gemacht? In der Tür, jetzt. Hey ich war doch ich war doch die ich war doch die erste Person die sogar Ich bin nicht mal beim Foto dabei Aber ich verzoche mit meinem ganz alten hier der jetzt schon weg ist Hallo 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 Gib mir die Rolle Deine Stimme ist halt zehnmal höher als meine Du hast doch so eine Kamera auf deinem Kopf Luca Ich war's Was Deine Stimme ist halt so zehnmal höher als meine Keine Ahnung warum Ja warum wohl Jetzt denken wir nach Hallo John Oh hallo John Hallo tut mir leid Tut mir leid für die sexuelle Belästigung Ich entschuldige mich dafür Was Musste ich machen vom Da hab ich freiwillig gemacht How are you doing Ich hab das freiwillig entschieden Mich zu entschuldigen Ok Krank Guck mal da wird sich schon an dich reingekuschelt Das ist auch klar Wer ist an dich Mach den Schwanz nochmal hoch Mach den Schwanz nochmal hoch Ich bin ein bisschen anstrengend Was Du Du Hände dir Hände und Schäfer 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 Hae Hände und Schäfer Ja jetzt denk es man Und jetzt was Jetzt kann ich ja auch einfach Er Gu drücken Der Kuh, der lässt sich einfach nicht. Was? Das ist auch schön. Ich nehme nicht rein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Pfeifen. Ich habe gar nichts gemacht. Hast du gerade meinen? Der ist nicht so. Der ist noch tief. Komm, wir kommen. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Die lacht mich immer auf, wenn ich keinen Sound bekomme. Das ist nicht witzig. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Oh, hallo da. Ich bin bei dir. Luca warum weinst du? Nicht weinen? Luca nicht weinen... Ooooooooooooh Don't cry! Motherfucker! Ich hoffe in deinen Ars in mein Gesicht zu stecken! Don't cry, Motherfucker! Ja ja... Ja ja... Ja? Wie heisst du immer wieder nach diesen Heliumdinger? Geh das ab! Ja, warum hast du gerade dein Ars in mein Gesicht gesteckt?! Hier?! Du bist doch gerade selber reingerannt! Nein! Nein, die weg von Hoppo! Na? Hast du was von Hoppo? Wenn ja, dann schreibst du mir einfach, okay? Wenn was ist, dann sagst du mir. Ja, okay, ich denk, wir sollten leiser sein. Sorry, Luca, wegen dem Stimmverzerrer. Warum? Bitte! Ich kenn keinen. Stimmverzerrer kenn ich nicht mehr. Ich wollte das andere Solution mal zum Lachen bringen. Geh, Solution? Solution ID ist doch einfach nur das Komische. Mann! Wow! Ami, das ist so blöd gewesen. Dann, wenn mein Wecker geklingelt hat, warst du natürlich weg. Ich nie. Du wusstest es, du wusstest es. Nein? Doch, doch, ich seh's. Du hast wahrscheinlich Kamera. Du benutzt meine Kamera, die ich hier mache. Sprachenlern, Babel, meine Kamera. Ich kann kein Deutsch. Du wusstest. Boah. Achso, ja, Leute. Ein Moment. Ich, ich, äh, ja. Move jetzt, Popolzku. Tenje um ihr Popolzku. Was warst du da die ganze Zeit? Keine Ahnung, irgendwas. Gib mir mal einen Moment. Tenje um ihr Popolzku. Oh, man hört die ganze Zeit meine Musik? Ich hör gar keine Musik. Ja. Selushin. Selushin, der Blick verrät alles. Was? Warte, 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 hier. Der Blick, der Blick, hier. Große Bananen mit Schokomilch. Hahahaha. Bleh. NICHT IMAGEN! Show my Livestreamer. Was denn... Was denn hier schon wieder passiert? Eieieiei. Eieieiei. Ganz sicher nicht. Nichts. Alles okay. Sag, sag, sag. Ich mag Appetit. Was? Du magst große Bananen mit Schokomilch. Hust. Ahem. Bin ich so ein Bananen-Fan? Magst du keine Bananen? Nicht so. Okay, dann magst du große... Du magst sehr, sehr große Würstlein mit Ketchup und Mayo. Corona! Wer hat dir Corona? Wow, ähm, hallo. Oh, ja, du, du... Ah, jetzt verstehe ich welchen Sinne du meinst. Jetzt verstehe ich welchen Sinne du meinst. Was denn? Machst du keinen Hot Talk? Doch schon? Du hast Corona. Alles gut, Luca. Hab ich irgendwie nicht so das Gefühl. Na, na, es geht schon. Okay, wenn wir mal... Ich mach jetzt noch mal einen Moment. Ich muss mal einen neuen Ordner machen. Oh Gott. Neuer Ordner? Fats Fliezen Key. Fats Fliezen Key. Fats Luca. Oh mein Gott. Komm zu mir. Ja, ich darf Luca nicht anschauen. Äh... Wegen dem Livestream. Nein, am besten nicht. Luca, mach das weg. Wegen dem Livestream, Luca, darf ich das nicht anmachen. Weil sonst muss ich so einstellen, dass es ab 18 ist. Ihr Video wird demonetized. Ja, sonst muss ich halt einstellen, dass das Video ab 18 ist. Mein Gott, Luca, das ist echt gar keine Ahnung von, äh, hier Altersbeschränkung. Oder von YouTube. Ja. Wir machen auch kein Video dazu. Wir machen alles hin. Genau. Ey. Seid... Ihr seid schon echt degenerierte Affen. Was? Ihr sagt zu einem Livestream-Video. Das hab ich mich auch gefragt. Es ist auch viel lang. Na du. Das zögert mich immer noch, dass der zu einem Livestream-Video sagt. Ja. Importieren. Nein, nein, nein. Audio. Müsst Nieder-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer. Hi. Die Hände wollen einfach meiner Nähe bleiben. Nein, meine Arme. Uah, Menschen. Öffnen. Hi. Luca, komm zu mir. Komm zu, zu uns. SnapTube Audio. Ich... Ich folge Panda immer nur. Okay, daraus werden jetzt neue Sound-Uteins gemacht. Oh, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? M2. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? M3. Und ich war es nicht. Hilfe! Da hakt er sich einfach vor uns. Cool. Hallo. WM8. ує-Singer-Singer-Singer-Singer-Singer Komm-Tools. Es stimmt darum. Keine Ahnung. Jetzt hab ich so einen brennenden Schpanzose vor. Mein Schpanz brennt? Wusstest ich gar nicht. Ah. M4. Ich bin zur Hill. Ich bin zur WON. What? Ech. Wo ist deris? Irgendwo? Ich hab Pegata verloren. Ich hab nur ganz kurz.. Ich will mal kurz Abwärmen. Was haben wir hier? Google spool. Ich schlafe jetzt Ey Luca ich hab deinen hübschen Arsch im Gesicht, das mag ich nicht sehr ganz Meine Ohren sind gerade weggeflogen Alter Verwalter Könntest du deinen hübschen Arsch von meinem Gesicht weg tun? Wieder Gabelautschläge Alter ist das laut Das könnte mein neuer Wecker werden, aber echt Egal Mach dir mal vor euch nen Screenshot oder warum setzt ihr mich hier also so Hä hab ich jetzt das richtige Video geöffnet? Ja hab ich doch bestimmt Ja hab ich doch bestimmt Verlusten Mhhh 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 Du siehst eher aus auf der Flucht als ich gerade das Kinnick gebrochen hätte Mhhh Mhhh Ey wer ist eigentlich alles von euch noch im Livestream drinne? Ich Ich auch noch Ja man ist sie im Schwanz Ek Nein 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 stopp Video, mein Gott Jaa OK ok Warte So das wegschneiden Wow Ha 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 ha, Waau Ha 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 ha, Waau Ha 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 Lookal, ich mag deine Hände echt sehr, aber nicht immer im Gesicht so also ich weiß nicht so. N-verted man mich wirklich doll auf den Kopf bitte. Ja ho Komm ich schon so leicht als die sechuelle Belästigung vor, aber ich weiß nicht Was? Na du.... Denkt immer noch weiter an einen Lifely Stream Wieso seid ihr auf einmal so leise? Was is denn diebelästhier? Äh? Was? Warte mal kurz. Ah Luca, das sieht richtig gut aus. Ja, ich breche gerade die Arme. Ich breche gerade im echten Leben die Arme. Ja, ist der Luschi für Suchbox. Ah, fuck so wild. Ich wollte den Haus trinken. Ich glaube, ich habe einfach nicht genug getrunken. Ich kann einfach nicht mit lachen. Wir müssen so weiter zum Drachen. Ich darf nichts trinken. Ja, gut. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich habe ein Bart in Gesicht. Ich bin der Nico. Der Nico. Der Nico. Der Nico. Der Nico. Ich bin die ganze Zeit gemütet. Ja. Ich merke das jetzt. Ich habe ein Bart in Gesicht. Ich bin der Nico. 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 Und Solution habe ich eben auch. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Die Solution habe ich eben auch überzeichnet. Luca. Luca, sag mal das böse N-Wort. Sag mal das böse N-Wort. Nico. Der 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 Nico. Das Pferd weiß. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht dafür, dass er zu groß ist. Ich kann nicht dafür, dass er zu groß ist. Der ist einfach zu groß. Wer muss gucken? Ich weiß nicht. Ich glaube Luca. Eigentlich zu wem hast du das gemeint? Was? Was du vorhin gesagt hast? So Solution. Ah! Was? Competition convertible. Alhamdulillah, Markus, ich steche in die Schatte. Mashallah, Bruder. Ich bin zu groß. Ah, ich bin zu groß. Ah, ich hab ein Bein im Gesicht. Ich hab ein Schweine im Gesicht. Lalli-Täter, Lalli-Täter. Er hat ein Schweine im Gesicht. Fabi, büß dich! Ich hab ein Schweine im Gesicht. Ich hab ein Schweine im Gesicht. Ich kann dafür nicht. Mein Gott, beschwer dich nicht. Komm mal hier hin. Ich? Du bist doch da, wo mein Schwanz ist. Warte mal, ich geh mal ein bisschen rüber. Ey, kommst du mal wieder zurück ins Bild? Du musstest was vorrutschen. Ich fotografier schräg. Ich oder wer? So? Ja, du. Gehst du mal aus dem Bild? Warte, so weit? Luka! I'm unaffected. You will attack it. You will attack it. You will attack it. Ne, das ist zu weit. Zu weit, ja. Ja, warte. So, warte. Nein, ein Stückchen vor. Ich seh's nicht. Noch ein Stückchen vor. So. So, ja. Okay. Weil ich sehe nichts deswegen. Und alle müssen auch die Gesicht, äh, hier eine andere, was anderes im Gesicht haben. Die dürfen doch nicht normal gucken. Wie als ob die grad, weiß ich nicht. Luka, deine Hand aus meinem Gesicht. Was mach ich grade? Ich seh's nicht. Ich seh nichts, Luka. Luka, ich seh nichts. Luka, Hand aus meinem Gesicht. Bitte. Luka. 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 Stopp. Bitte, Luka. Hör auf. Hm, ich war mit am Bein. Meine Ohren sind grad weggeflogen. Ich sterb grad echt noch. Heilige Scheiße, ist das laut. Was ist das denn grade? Ach, ich guck mal, Pfanda mir was geschrieben hat. Jupp. Woah. Gib mir mal kurz ne Sekunde. Okay, hast mir nichts geschrieben. Was ist das, kannst du mir schreiben, Pfanda. Ja, meinst du dich sofort. Wuh. 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 Ausgewächern. Weil es noch, äh, das mit dem Blick und dem Crash, was ich erzählt hab. Wuh. Oh ja. Wuh. 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 Martin, der hier, der hier, der hier. Ja. Don't put your finger in my mouth. Don't put your finger in my mouth. ich habe einen Karton in der Fresse, es fühlt sich leicht unangenehm an. GANG BANG, mach mal GANG BANG, komm schon. Oh, das kann ich auch! Ja, Luca, ich weiß nicht, dass ich aus, dass du gerade einen Anfall hättest, ob du ein Kabel angefasst hast. Oh, fuck, mein Handy! Wer kommt jetzt? Ah, Entschuldigung, du erinnerst mich. Luca, dank dir weiß ich jetzt, wie ein Mensch aussieht, wenn er mit einer Gabel noch steckt und rein tut. Rein steckt. Ungefähr genau wie du, so am Wackeln. So, seid ihr bereit? Könnt ihr mich sehen? Seht ihr mich? Ja, ich sehe dich. Wehe, ich habe einen Karton in der Fresse. Nein, hast du nicht, keine Sorge. Das ist nicht von mir. Okay, Moment, ich muss kurz... Konzentrieren. Du musst dich konzentrieren. Sing doch damit zu, willst du? Jaum, jaum, jaum. Wir sind einfach eine eigene Spezies. Wir sind einfach eine eigene Spezies. Nein, eine eigene Spezies. Wir müssen was bei ihm zu machen. Sprecher oder so? Jeder muss jetzt einmal mit seiner tiefsten Stimme reden, der er kann. Fangen wir an mit Herrn Lukas. Oh, fuck. Was? Dreh mal mit der tiefsten Stimme, in der du reden kannst. Oh, fuck. Es ist alles viel zu laut gerade für mich. Wann, ich hab euch nie geklaut. Awww. Aurea, es wird auch tief zu schlimm, wenn du da hast. Fabi, Fabi! Drei, zwei, nie. So, was kann ich denn hier tun? Könnte ich ihnen helfen? Drei, zwei, eins, und? Jetzt holen sie. Gehen sie weg, hierzu. Wir holen euch noch Schläge. Gehen sie jetzt weg. Alter, Luca! Luka, wie kannst du denn? Nico. Mach du jetzt deine tiefe Stimme. Was machen sie da? Oh mein Gott, ich hab keine tiefe Stimme. Das ist nicht gestattet. Das ist nicht gestattet. Moin, moin. John hat wahrscheinlich den Tiefen. Stimmt. Ich hab so schlimm an, wenn ich mit der tiefsten Stimme rede. Luca. Komm, Luca. Was? Ja, hab ich nicht mal mit der tiefsten Stimme. Nein! Das ist nicht so schlimm an. Hör mich an wie eine olle Kuh. Moin Kuh. Hallo. Wir sind ja nicht fertig. Jetzt sind wir gerade mal ehrlich. Alle müssen. Ja, die Worte schon. Hast du was dagegen? Zu diesem Rätseln. Ich höre, es ist nicht so schlimm an. Hallo. Hallo. Ich höre mich aber nicht viel besser als ich sage. Was soll das denn? Ja, ich weiß. Jetzt wartet, jetzt machen wir mal die hellste Stimme. Nein, bitte. Okay, okay. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Pizza. Was ist denn, warum das die Mädchen da werden? Alter, du schnörst dich an den Anime wenigstens. Hallo, du schnörst dich an den Anime wenigstens. Hallo, du schnörst dich an den Anime wenigstens. Hallo, du schnörst dich an den Anime wenigstens. Genau wie sowas. Sei meine Waifu. Ciao. Hallo. Komm in mich. Chegato kozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa, madafaka. Konnichiwa, madafaka. Konnichiwa, madafaka. Pippu, teppu. Sei meine Waifu. Oh, die kann. John. John. Oh. John. Du hast ihn zum Weinen gebracht. Oh man. Die höchsten Stimme sprechen, die du auch erkannt hast. Wie machst du das? Ich wollte. Was? Mit der hellen Stimme. Hallo. Ich rede einfach. Ich hör mich aus so wie Micky. Ja, ich hab fast so eine röre Stimme für ihr. Und so. Hallo. Oho. Wie ging er aus? Oho. Wie ging er aus? Wunderhaut. Oho. Ach du heilige Scheiße. Gesse her. Was? Okay. Ach hier? Ach hier? Ja okay. Dann bin ich weg. 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 Du bist weg und wohl geworfen. Dann bin ich weg. Arsch. Dann bin ich weg. So Junge. Oh ohu. Soll ich zu Juli gehen und nach ihr schauen? Du kommst nicht dran, die ist bei Virus drinnen und die sind in einer Privatlobe, deswegen hasse ich Virus auch, wenn ihr wirklich irgendwas ihr macht, dann nehmt ihr einfach das Mädchen der Hoffnung weg und ja. Ich hoffe nicht, dass er sie wegnimmt. Oh, ich hab sogar jetzt von denen ne Einladung bekommen. Warte, ich geh mal kurz zu denen. Und er kommt raus. Oh, alter, okay, das ist krass. Warte, ich muss mal... Ja, mit dem Himmel zusammen ist das richtig geil. Schmeidig. Ja, das stimmt. Ah, Markus, du bist auch da. Ja, ist auch da. Ein Magier weiß immer, wo die Leute hinkommen. Ah, ich wusste gar nicht, dass ihr alle hier seid. Äh, mit anderen Worten, ich hab dir gesagt, das ist egal. Egal. Juli, Payne sucht nach dir. Herr Magier, verratet nie seine Geheimnisse. Was? Payne sucht nach dir. Wer sucht nach mir? Der ist wieder traurig. Ja. Ja. Musste 24-7 für Payne da sein? So in der Art. Also, müsste ich theoretisch... Nee, du hättest nicht da mal grad raus. Das war grad grad ne Frage hier. Wissen müsstest du nicht. Ist das kein müssen? Ja, also, dann muss jetzt Payne halt leiden. Wenn du meinst. Ja, du kannst dich jetzt nicht 24-7 an Payne binden, oder? Will ich ihr auch nicht, aber... Er ist halt... Ja. Man merkt aber, wie es ihr auf den Sack geht. Es tut ihr zwar leid. Einfach nur rum. Aber... Sie will's halt einfach nicht, wie sie's grad selber schon gesagt hat. Zwingen will's ihr auch nicht. Die will's halt ihr nur sagen. Ja, danke. Wie... Wie kann man's am besten beschreiben? Das ist eine verwirrende Situation für sie. Ja, ich weiß. Alter, du sollst so viel. Ich trink am Tag meist 4 Liter, also. Ich weiß nicht, wie du's hinkriegst unter der VR-Brille die ganze Zeit zum Trinken kommst. Ich bin auch die ganze Zeit am Essen. Mich nicht. Klasse Tipp. Obwohl da noch ein halber Döner liegt. Aber der hätte ich sofort aufgeessen. Ja, komm hier. Holen wir. Die fährt ne halbe Stunde lang, sorry. Oh nonononononononono. Ja. Kollege? Ach ja Merlin, beruhig dich mal! Ich will grad ähm... Chinesisch fressen. Ja hier der, das ist nämlich der, jetzt ist es mir eingefallen, dass das Merlin ist aus Fade. Ah ok, ich kenn Fade. Aber ich weiß grad nicht wie der heißt. Also weiter Fade, bla 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 bla. Aber da gibt es so viele Teile von anderen Zeitepochen. Bin ich da verwirrend. Da muss ich das nicht so sein. Schmeckt's? Ja, schmeckt echt gut. Soll ich wieder gehen oder? Du kannst da bleiben, ich stürze nicht. Wie du willst. Achso, weil ich dachte ihr wollt irgendwie so etwas besprechen oder so, weil ihr das ja... Das ist schon längst passiert. Ah ok. Ja, dann geh ich mal zurück zu den anderen. Falls ihr auch Bock habt, könnt ihr dann auch kommen. Ok, ok. Ok, gut so. Bei Luca und so weit hast du ihn auch gesagt. Ich war tot. Der hat mich eh schon angerufen. Achso ok. Dann geh ich wieder zu denen. Ok. 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 Wir reden dann gleich, mach dann aber dann noch bevor, wir reden dann noch einen Livestream aus. Ich sag dann noch den anderen Bescheid. So, jetzt nicht in die Kamera zu sehen, was ich mach die ganze Zeit. Hey Leute, ich mach jetzt dann meinen Livestream aus und Luca, was machst du da? Oh, ich lieg auf das... Ich glaub, ich lieg auf... Der macht nichts, alles ist Regelkomfort. Ah, okay. Dann machen wir nochmal tschüss. Tschüss. Ich bin kaputt. Warte, ich kann zuwinken. Oder so. Tschüss. Luca, will es nur noch tschüss sagen zum Livestream? Auf eine, 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 eine. Tschüss. Willst du noch tschüss sagen, Tom? Noch bin ich. Ach, äh, Luca, Luca, ich seh nix. Luca, was machen Sie da? Was machst du da gerade? Liegst du gerade denn echt auch auf dem Boden? Das war's dann jetzt mit dem Livestream. Ich schläge mein Zimmer im Boden. U? Das war's dann.